Salve te des Kipuli, ich bin's wieder Sarah und ich hoffe, ihr seid top motiviert und ganz wild aufs Lernen. Das Thema heute, die regelmäßige Stärkerung von Adjektiven. In diesem Film werde ich auf alle drei Stärkerungsstufen genauer eingehen. Erst auf den Positiv, dann der Komparativ, seine Bildung, die Verwendung mit QAM und die Verwendung ohne QAM. Dann der Superlativ, seine Bildung, die Verwendung mit QAM und dann der E-Lativ. Vorwissen braucht ihr diesmal keins. Ihr solltet nur vielleicht wissen, was Adjektive überhaupt sind. Im Lateinischen gibt es wie im Deutschen drei Stärkerungsstufen. Den Positiv, die Grundstufe, den Komparativ, die erste Stärkerungsstufe und den Superlativ, die zweite Stärkerungsstufe. Man kann das auch anhand eines Leiterbilds veranschaulichen. Der Komparativ ist ein bisschen höher als der Positiv. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com und für die Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern.